zum glück hatte ich schon die richtige waffe in der hand ok, wo sind wir hier? hat doch wer anders hierher geschaut hoffentlich haben wir den großen dingen da hinter uns oh mein gott ein lebenszeichen von sam das feuerritual das feuerritual, wo man gerade eben gesehen hat sie wollen sam opfern oder das aufstiegsritual an sam durchführen wie auf dem wild in himikos grab rom, bist du da? ich bin unterwegs zum palast wenn sam recht hat, werden die anderen auch dort festgehalten ich komm zu dir und wir gehen zusammen rein ok ah, wie immer ein lager ja komm damit können wir nichts machen oh nein oh Mist, wir haben das tagebuch übersprungen so, hier noch eine stade anzünden das ist auch so hoch gemacht aber ja, wir wollen wissen was da noch ist, das ist wahrscheinlich der normale weg und wir wollen diesen hier gehen ja, wir wollen das mal ja, wir wollen den nicht mehr ja, wir wollen den 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 der hier waren das alle? Hier haben wir was. Nochmal Geo-Couch-Dinger. Das war jetzt ganz praktisch, weil ich glaube anders würden wir da unten irgendwo langlaufen und hätten die wesentlich schlechter gesehen und wahrscheinlich auch wesentlich schlechter. So können wir jetzt gleich unsere Pfeiler wieder aufbauen. Und noch so eine Statue. Dann fehlt uns nämlich nur noch einer. Wir wären von hier gekommen. Ja. Aber hier geht's auch noch weiter. So. Oh, Gewehrteil gefunden. Super. Das ist alles Zeug zum Plündern. Das wollen wir natürlich alles mitnehmen. Wenn hier Verbesserungen für unsere Waffe drin sind. Wir brauchen jetzt unseren Bogen. Hast du das angezündet? Perfekt. Und jetzt? Kann man damit das anzünden, oder? Ja, dann was trefft. Ich hab's wieder davon vorbeigeschossen. Ich hab's wieder geschossen. Ah, jetzt. Endlich. Geht doch. Okay. Dann jetzt wieder weiter. Ich denke, das ist an dem anders als an den anderen. Ah, da hinten war er grad. Da unten, die drei Typen haben wir schon ausgeschaltet. Warum? Springglaube. So. Sind denn da unten noch irgendwo typisch? Bestimmt. Na, untersuchst du? Ich sehe schon. Das ist eine typische Situation. Wir kommen nicht weiter. Und jetzt haben wir gleich alle im Arsch. Naja, vielleicht doch nicht. Es kommt eine Katze. Ich bin da, Sam. Alles okay? Was wollen sie von mir, Lara? Ein Feuerritual? Das ist so krank. Hör zu. Ich komm und hol dich. Ich werd dich da rausholen. Bitte. Bitte hilf mir, Lara. Ich versprech's dir. Ich versprech's dir, Sam. Hey! Sie hat damit ein Gerät! Sam! Sam! Lass sie in Ruhe, ihr verdammte Schweine! Lass sie sofort in Ruhe! Ich verspreche! Ich verspreche! Ich verspreche! Ich verspreche! Okay, da zeigte sie mir schon den Weg, aber... Hier oben gibt es auch noch was zum Holen. Hoshi an ihrer Seite. Das ist faszinierend. Hoshi beschreibt ihren Alltag als Priesterin, aber irgendetwas stimmt da nicht. Ja, ob wir das herausfinden, wenn wir die Samra... ob wir da dem Ganzen auf die Schliche gucken. Ah, hier, Munition. Auf jeden Fall ist hier noch ein Hinteraus. Jetzt weiß ich, womit wir die ganzen Türen aufkriegen, zum Beispiel auch die Bücher. Unter so Türen hatten sich auch Bücher versteckt, die wir nicht holen konnten, weil uns etwas gefehlt hat. Und hier konnten wir nicht rüber, weil uns auch etwas gefehlt hat, aber wir könnten uns da vorne das Bergungsgut jetzt holen. Die Frage ist, lohnt es sich jetzt, da rüber noch mal zu gehen? Wir gehen weiter. Wir wollen Sam retten. Das ist schon nochmal Munition. Ich sage, was weiß ich hier, Raues macht das drauf. in die luft jagen ist halt einfach so denn da noch mehr ich will da noch mal hoch, weil ich glaube, das könnte echt vorteilhaft sein wenn wir es schaffen, dort oben rauf zu kommen erstmal noch Schusswaffen, aber wir haben gerade mit einem Pfeil und Bogen geschossen ich dachte, das könnte vielleicht ein vorteil sein oder wir könnten noch etwas entdecken so wie es aussieht aber nicht ok, was ist das? fürs nächste Mal können wir uns das ja angucken ok, einfach nur Fässer ok, einfach nur Fässer und weiter geht ok 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 oh man ok ok scheiße Nein, 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 nein Nein, 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 nein Uh Komm schon, Lehrer, wir kriegen das Was haben wir denn jetzt schon wieder gelandet? Und da von dem Tempel, wo Sam ist. Vielleicht sind Vorräte an Bord. Oh, no. Ja, ich weiß, Lara, das sieht schon ekelhaft aus, aber... Ich weiß nicht, woran sie sprechen, bitte! Ich weiß, du bist mit ihnen geturnt. Bitte! Ich weiß, du bist mit ihnen geturnt. Bitte! Was zum Zweifel ist der Dresdorf? Der Somalia, der ist total zurückgegangen. Schon wieder? Irgendwas von dem alten Mann? Nein, er ist ein harter Hund. Untertitelung des ZDF, 2020